Boah, Leute! Heute bin ich mit meinem kleinen Bruder Brax hier auf einer Haijagd! Schau mal, da haben die alle, die haben es gar nicht geschafft. Der Hai war viel stärker als die alle. Oh Mann, ey, aber wir werden den Hai besiegen. Genau, und heute bin ich der Käpt'n Brax hier. Ei, ei, Käpt'n. Ich hab' ein richtig cooles Boot, das glaubst du mir gar nicht. Wirklich? Mhm, da wird der Hai uns auch niemals drin erkennen. Aber zuerst wird er ausgesucht, wer der Hai ist. Ich hoffe, ich bin's nicht. Und? Ha, der Noob! Okay, Brax hier, wo bist du? Kommt zu mir, lad mich ein. Einladen? Schaut mal, mein Schiff, Brax hier! Wir nehmen dieses Schiff, das ist das Einhorn-Schiff. Und wir haben sogar eine Pistole. Und ich bin der Käpt'n und du musst auf den Hai schießen, okay? Okay, abgemacht, Udi. Okay, Leute, oh, wir sind auf dem Boot! Oh, wir sind super schnell! Ich hab' auch eine Pistole. Oh, ich hab' auch eine Pistole. Hä? Oh, oh, der Hai wird freigelassen, Braxie. Schieß auf ihn! Na, komm schon! Oh, wo ist der Rind? Oh, Mann, ey! Und, Leute, wir müssen heute überleben auf unserem supercoolen Schiff! Und müssen uns natürlich neue coole Schiffe kaufen! Da ist der, Udi! Aua, aua, Mann! Was macht der denn, der Blödmann? Wo ist er denn? Da hinten, beim großen Schiff! Boah, was passiert mit dem großen Schiff, Braxie? Der hat einen Bepflip gemacht! Oh, Leute, wollt ihr auch mal mit uns auf hoher See? Wenn ja, müsst ihr jetzt ein Like und ein Abo da lassen! Stimmt's, Braxie? Stimmt, aber wo ist der Blödmann? Hä? Hier ist ein U-Boot! Oh, wie cool! Richtig cool! Oh, da ist ein Entenboot und die sind über Bord gegangen! Sollen wir die retten? Ja, komm, halt an! Rechts, fahr nach rechts! Oh, oh! Wir werden fast auch umgefallen, Braxie! Kannst du überhaupt Boot fahren? Da ist der Heiko! Da hinten! Ich seh ihn! Wir müssen ihn abschießen, Braxie! Hab ich! Macht man das aber hinterm Berg, oder nicht? Hinter dir! Hinter dir! Hinter mir? Oh, da ist er ja! Oh, Mann! Braxie Angriff! Ich hab ihn getroffen! Bum, bum, bum! Okay, ich steuere und du schießt, okay? Okay! Hinter dir! Na, hinter mir? Oh, da ist er ja! Schuss! Ha! Ich hab ihn getroffen! Ich hab ihn auch getroffen! Pew, pew, pew! Der hat gar keine Chance! Guck mal, wie doof der Hai ist! Unterschätzt ihn bloß nicht, Uri! Ich hab ihn wieder getroffen, glaube ich! Ich hab aber Angst, wo der ist! Aua! Hey, wow! Mann, dieser Blöde mit seinem Jetski! Das war echt knapp! Die machen das extra, Braxie! Da ist er, da ist er! Ich seh ihn, ich seh ihn! Oh, Mann, ey! Und da unten ist er! Schieß auf den Hai, Braxie! Pew! Das willst du vielleicht auch noch... Oh, nicht, dass er uns angreift jetzt hier! Oh, da ist er! Ich hab ihn getroffen zweimal! Ich ihn auch, ich ihn auch! Oh, schau mal, hier ist ein Ostereier! Die müssen wir nehmen! Nein! Mann, er hat mich gefressen, Braxie! Ich bin auf deinem Boot! Warte, ich schau dir zu, du Blödmann! Wo bist du? Da bist du ja! Mann, klau dir das Jetski! Wo ist es? Wo ist es? Hinter dir! Komm schon, geh bei ihm drauf! Boah, was machen die doof Köpfe denn da? Bleib stehen! Oh, los geht's! Mann, er fährt nicht weiter! Er fährt wirklich nicht weiter! Und der Hai hat nicht mehr so viel Leben! Du hast recht, Braxie! Er hat echt nicht mehr so viel Leben! Da, geh zu dem einen! Geh zu dem einen! Schau mal los! Steig ein, Braxie! Ja! Okay, Leute, Braxie ist noch im Spiel! Das heißt, wir könnten das noch gewinnen! Auch wenn ich es nicht geschafft habe! Aber Braxie ist ja mein Teamkollege, stimmt's? Stimmt, Oli! Und da sind überall Eier versteckt! Wenn wir die aufsammeln, gibt es gerade so ein Oster-Event! Mann, der soll losfahren! Wow! Wow, der hat einen richtig coolen Trick gemacht! Was geht los, Braxie? Wo ist der Hai? Weiß ich nicht! Ich sehe ihn noch nicht! Oh, Mann, ey! Der Hai ist echt schlecht, oder? Naja, er versteckt sich halt gut! Du hast recht! Mann, ich will auch mal der Hai sein! Und dann werde ich dich fressen, mein kleiner Bruder! Nein, nicht fressen! Komm schon! Der Hai wurde besiegt! Äh, äh? Äh? Boah, wir haben richtig viele von diesen... Du hast voll viele Zähne bekommen! Ich bin der beste Hai-Bänger! Mit diesen 10, Leute, können wir uns ein neues Boot kaufen! Ich will so ein großes Boot haben! Oder eine neue Waffe, Braxie! Die kostet aber 400! Oh, Mann, ey! Ich hab 500! Ich kaufe mir die Waffe! Okay, jetzt wird erstmal ausgesucht, wer der Hai ist! Wir haben schon eine 6%-ige Chance, dass wir der Hai werden können, Braxie! Oh, wie cool! Ich bin der Hai! Ich bin der Hai! Ich bin der Hai! Ich bin der Hai! 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 Ich hab Osterohren als Hai! Ich hab leider nur ein Hai! Ein Hai kann ich mir eigentlich auch mal kaufen! Wartet mal! Haie! Für 300 dieser Ostereier! Mann, die hab ich! Ich hab doch noch keinen von! Ich hab nur zwei! Ich komm gleich, Braxie! Komm doch! Und dann werd ich dich fressen! Haha! Ding, 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 ding! Ich bin der Hai! Und ich bin so cool! Und ich bin der Hai! Und bin so cool! Ich bin der Hai! Und bin so cool! Bin der Hai! Und bin so cool! Ich seh hier ein Entenboot! Entenboot! Das war ich, du Blödsinn! Mann, Odi! Hab ich dich als erstes gegessen? Hä? Was passiert denn hier? Haha! Aber ich bin der Hai! Und hier oben ist der andere! Brum! Ha! Ich schaue dir zu, Odi! Hä? Du schaust mir zu? Mhm! Du hast mich doch aufgegessen, du Blödi! Ach so! Warte, den muss ich auch essen! Njam, 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 njam! Oh, der ist so lecker! Mann, da ist einer auf der Boje! Du musst tiefer runter! Und dann komme ich von unten! Und los! Njam, 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 njam! Hä? Hm, Ostereier will ich mir auch einsammeln! Hä? Da ist ja... Da ist ja der Dovi! Da ist ja der Dovi! Du schaffst das! Ich esse ihn! Da ist ja der Dovi! Angriff! Du hast ihn! Na, ich muss ihn aber noch aufessen! Er schwimmt hier oben! Nom, 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 nom! Nein, er ist immer noch hier! Aua! Ich kriege voll viel Schaden in der Luft! Da ist er! Essi! Njam, nom, 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 nom! Ich habe ihn gegessen, Braxier! Hä? Was macht sein Boot da? Guck mal! Er macht Pipp-Flip! Brrm! Hm? Hier ist ein Jet-Ski, Braxier! Njam! Ha! Hä? Wo ist er denn? Hä? Hier ist noch einer im Wasser, Braxier! Der wird jetzt gehen fressen! Nom, 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 nom! Du bist voll gut! Und Osterei mitgenommen! Ich bin echt ein cooler Hai! Da ist ein Schiff! Da ist ein Boot! Hä? Hm? Jet-Ski! Mann, ich kann den nicht essen! Hm? Nimm Anlauf! Nimm Anlauf! Na gut! Mit Anlauf! Wo ist er denn, der Blödmann? Äh! Da ist rausgegangen, der Blödi! Okay, Braxier! Ich hole mir jetzt die Leute! Denn ich bin ein Hai und ich habe Hunger! Nom, 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 nom! Na, kommt ja! Es ist auch schon wieder Tag! Und schau mal, da ist ein U-Boot! Ein U-Boot? Das ist verschwunden, weil der Angst vor mir hat! Oh, hier ist das... Hier ist das Schiff! Bum! Haha! Komm her! Ich will dich essen, du Blödi! Mann, wohin fliegt der denn? Wow! Hä? Mann, wohin ist der denn geflogen? Da ist der! Da ist der! Ah! Komm her! Ich will ihn fressen! Habe ich ihn gefressen? Ne, da unten ist er! Ich habe ihn gegessen, Brax! Ich habe ihn im Mund! Die Frage ist aber, wo sind denn die anderen? Da hinten war irgendwo das U-Boot, Leute! Das muss ich jetzt essen! Haha! Soll ich dir sagen, wo es ist? Wo ist es, Brax hier? Warte, ich suche ihn! Die sind auf einer Boje, Odi! Auf einer Boje, auf einer roten Boje! Na, Boje sind die? Na, warte! Ich sehe die roten Bojen von unten! Hm! Da hinten leuchtet was, aber ich glaube, das ist... Hä? Was ist das? Ach, das ist nur ein Ei! Geradeaus, Odi! Geradeaus! Äh! Haha! Jetzt nach links! Nach links! Da haben wir jetzt ein Entnei, das habe ich mir geholt, das gibt 10! Hä? Wo sind die denn jetzt? Du musst eine rote Boje finden! Da ist das U-Boot! Da ist das U-Boot! Ich! Ich fresse euch im U-Boot! Hä? Da ist eine Boje, aber das ist nicht die Boje, oder? Okay, Braxie, bist du bereit? Bist du bereit? Er schießt auf mich! Ich habe seinen Antrieb kaputt gemacht! Oh Mann, einen hat der aber noch! Er schießt auf mich! Die schießen beide auf mich! Wie viele Leute sind da drin? Oh Mann, ey, der ist wie zu schnell! Bum! Ja Mann, der muss doch... Mann, der Hai wurde besiegt! Ich dachte, ich habe es geschafft, Mann! Aber egal, Leute! Ich habe richtig viele Zähne dazu bekommen! Stimmt's, Braxie? Stimmt, du warst richtig gut! Und ich war echt der beste Freund! Falls du mal mitspielen willst bei Shark Attack, dann musst du jetzt ein Like und ein Abo da lassen! Checkt auf jeden Fall auch meinen besten Freund und meinen kleinen Bruder Braxie ab! Der macht auch richtig coole Videos! Und schaut diese Videos hier oben! Die sind mega spannend! mechanisms von Schuss zu Protest CaptED Bis zum nächsten Mal! bis zum nächsten Mal! turns